Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shelley Stevens-Würsik von ShelleyStevens.com, wo wir Solo-Unternehmer und Experten wie Coaches, Trainern und Beratern zeigen, wie sie sich auf dem Markt positionieren, kontinuierlich Kunden gewinnen und ihr Business online bringen. Und ich finde persönlich, sie sind ein Held. Sie leisten einen sehr wichtigen Beitrag auf diese Welt. Es ist nicht nur so, dass sie ihren Kunden bei ihrer Entwicklung voranbringen, sowohl im beruflichen wie auch im privaten Kontext, sondern sie machen noch mehr als das. Sie strahlen Licht dorthin, wo es sonst dunkel wäre. Und sie nehmen dabei auf sich eine der größten Herausforderungen, die ich kenne, nämlich das Unternehmertum. Und ich denke vielleicht, wenn sie das schon tun, dann könnten sie sich mit einigen von diesen Situationen identifizieren. Kennen sie das? Sie lesen Blogs und sie besuchen Webinare und Kurse. Und theoretisch haben sie ganz viel Know-how darüber, wie sie ihr Geschäfts- und Wachstum bringen oder ihre Praxis vermarkten. Und trotzdem, sie kommen nicht so in dem Maßen voran, wie sie möchten. Also irgendwo klappt es vielleicht doch nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Kennen sie das? Und möglicherweise könnte es sein, dass es auch zum Teil daran liegt, dass ihnen Klarheit fehlt. Klarheit zum Beispiel über ihre Positionierung, mit wem sie genau arbeiten und wie sie als Experte auf dem Markt auftreten. Oder vielleicht über ihre Angebote, also wie sie ihren Kunden helfen und ja auch vielleicht über ihre Marketingstrategie. Wissen sie, was die richtigste Marketingstrategie ist für sie, um mehr Sichtbarkeit auf dem Markt zu bekommen? Vielleicht nicht, vielleicht suchen sie die Antwort darauf. Und vielleicht sind sie jemand, der oder sie ein bisschen weiter ist. Sie haben viele Ideen und Absichten, zum Beispiel mit ihrem Online-Programm oder ein neues Online-Produkt, was sie auf den Markt bringen möchten. Aber sie können noch nicht so richtig die Ergebnisse vorweisen, wie sie sich das wünschen. Kennen sie das? Und wenn wir auf die Gefühlsebene gehen, könnte es so sein, dass sie sich häufig alleine fühlen in dem ganzen Prozess. Oder sie haben Selbstzweifel über längere Strecken hinweg. Oder auch kurze Strecken sind schon unangenehm genug mit diesem Selbstzweifelaufkommen. Und vielleicht haben sie nicht genug Kunden oder Umsätze, obwohl sie so unglaublich hart arbeiten und so viel Zeit investieren. Also wenn sie sich mit nur einem von diesen Statements identifizieren können, dann sind sie hier genau richtig. Und ich habe aber auch gute Nachrichten. Also rennen sie nicht davon. Es gibt auch gute Nachrichten, nämlich das, was ich immer bei mir selbst und bei meinen Kunden und bei Kollegen auch weltweit beobachte, ist, dass diese Hindernisse und Frustrationen total normal sind. Also sie sind nicht verrückt. Und ja, es stimmt, dass diese Hindernisse uns teilweise richtig davon abhalten, wo wir hin möchten. Nämlich zu einem Geschäft, das wir lieben und wovon wir leben können. Aber ich bin völlig überzeugt, wenn sie dranbleiben, dann werden sie es schaffen, werden sie es packen. Und ich denke, mit Courage und mit Geduld werden sie diese und auch andere Hindernisse überwinden. Egal, ob sie Quantensprünge machen oder nur Babyship für Babyship voranschreiten. Das Ganze ist eine Reise, es ist ein Prozess, es dauert. Es ist einfach ganz normal. Und weil ich sie bedanken möchte für ihren Besuch heute auf der Website und weil ich ihre Heldentum würdigen möchte, kommt dieses Dankeschön von mir. Ich habe nämlich meine Top 10 Tools für Online-Business für sie zusammengestellt. Das sind die bewährten Tools, die in meiner Toolbox sich befinden seit Jahren. Und mein Gedankengang dahinter ist, dass wenn sie diese in der Hand haben, dass sie nicht mehr auf die Suche gehen müssen nach Tools, die für ihr Geschäft wichtig wären. Sondern sie können sich dann einfach entspannen und auf ihre Kernthemen und Aufgaben konzentrieren. Ist das ein Ding? Ist das ein Deal? Also, in diesem Bericht finden Sie zum Beispiel ein Tool, das Sie nützen können, um Termine mit Ihren Kundeninteressenten zu automatisieren, sodass Sie an der Stelle Ihre Ruhe haben. Das System macht die Arbeit für Sie. Sie finden aber auch noch ein Webinar-System, das Sie empfehlen, um Ihre Marketing-Webinare zu halten oder auch Ihre Online-Kurse zu liefern damit. Und viele weitere andere Favoriten von mir, um Ihr Geschäft schön zu unterstützen. So, diese Liste wird Ihnen hoffentlich das Leben erleichtern. Und jetzt sage ich Ihnen, wie Sie an die Tools kommen. Sie klicken hier links und geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein. Und Sie erhalten direkt danach die Tools, nachdem Sie das bestätigt haben. Das ist dieses Doppel-Opt-In, wo Sie sagen, ja, ich habe mich tatsächlich angemeldet für diese Informationen. Und sobald Sie das getan haben, kriegen Sie nicht nur die Tools, sondern auch das zweite Dankeschön von mir, nämlich die regelmäßigen strategischen Tipps zu diesen Themen in diesem Video. Aber eben regelmäßig, sodass Sie stets auf dem Laufenden bleiben. Ja, das war es. Also, ich freue mich sehr, mit Ihnen in Kontakt zu sein. Ich heiße Sie herzlich willkommen in unserer Community, wenn Sie sich so berufen fühlen dazu und sich dafür entscheiden. Und wir sehen uns hoffentlich online. Bis dann. Tschüss.